Wir, die Stadtwerke Aarhaus, möchten Ihnen eine neue Möglichkeit präsentieren, die Energiewende hier in Aarhaus bequem zu unterstützen. Geben auch Sie der Umwelt die Chance, sich zu erhalten, sodass unsere Heimat genauso schön bleibt, wie sie ist. Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Werner Beckmann. Ich bin Betreiber dieser Anlage, vor der wir hier stehen. Die Anlage betreibe ich seit jetzt 22 Jahren. Am Ende des Jahres ist das EEG ausgelaufen. Das heißt, dann gibt es keine feste Förderung mehr für die Windmaschine. Und deswegen musste ich mich danach umsehen, den Strom dann anschließend noch weiter zu liefern. Ich habe dann rechtzeitig Kontakt aufgenommen mit den Stadtwerken Aarhaus. Die Stadtwerke haben uns einen Abnahmevertrag angeboten, den haben wir angenommen. Der Strom soll dann lokal angeboten werden, was ich auch richtig finde. Das fördert letztendlich auch die Energiewende. Besser und effektiver kann man also die Energiewende eigentlich aus meiner Sicht nicht anbieten und auch nicht umsetzen. Deshalb würde es mich auch freuen, wenn das Lokalstromkonzept der Stadtwerke dann auch angenommen wird. Vielen Dank. Wir alle benötigen tagtäglich Strom in unserem Alltag. Helfen Sie uns dabei, die Umwelt für alle sauber zu halten, mit lokaler Windkraftenergie. Wir möchten noch lange Freude an unserer Heimat haben. Denn auch die nächsten Generationen werden uns dafür dankbar sein. Unterstützen Sie die Energiewende vor Ort. Buchen Sie jetzt Lokalstrom zu Ihrem Tarif dazu.